So und damit herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Kapitel. Im nächsten Kapitel geht es um die Portfolioplanung. Bevor wir dann einsteigen, zunächst mal ein paar Überlegungen, nämlich was ist eigentlich ein Portfolio? Woher kommt das Wort und was meint das ursprünglich? Also ursprünglich kommt das Wort tatsächlich aus der Finanzwelt und bezeichnet den Bestand an Wertpapieren in eurem Depot. Was heißt das nun wieder? Wenn ihr euch überlegt habt, es wäre vielleicht schlauer, statt einer Lebensversicherung oder statt einem Banksparguthaben ein Aktienguthaben zu erwerben, weil es vielleicht mehr Prozente gibt über die Jahre, dann könnte es ja sein, dass ihr euch entschieden habt, 5 Telekom Aktien, 5 VW Aktien und 5 SAP Aktien zu kaufen. Und genau die Planung dieses Bestandes an Aktien von verschiedenen Firmen, das bezeichnet beispielsweise euer Banker als Portfolio. Und da dieser Begriff Portfolio sich in der Finanzwelt besonders schön durchgesetzt hat, hat man den auch für Unternehmen übernommen, weil man damit sehr gut planen kann. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal gibt es einen oder eigentlich zwei, muss man sagen, zwei Kriterien, die sehr entscheidend sind, wie sich ein Portfolio entwickelt. Und zwar zum einen der relative Marktanteil, also der Anteil des Gesamtumsatzes des Marktes im Vergleich zum stärksten Mitbewerber. Das hatten wir vorhin schon mal, erinnert euch bitte. Und das zweite natürlich, wie stark soll dieser Markt oder wird dieser Markt voraussichtlich in der Zukunft wachsen? Diese zwei Kriterien lassen sich auch rechnerisch sehr einfach darstellen. Wenn ihr euch anschaut, der Marktwachstum bedeutet nichts anderes als das zusätzliche Marktvolumen im Planungszeitraum, geteilt durch das Marktvolumen des Vorjahres mal 100. Nicht so kompliziert, etwas einfacher. Ihr habt vor, im nächsten Jahr 120.000 Autos zu verkaufen, habt in diesem Jahr 100.000 Autos verkauft, beträgt der Marktwachstum exakt 20%. Der relative Marktanteil, auch den Begriff hatten wir bereits, bemisst sich aus dem eigenen Marktanteil im Verhältnis zum Marktanteil des größten Konkurrenten. Und aus diesen zwei Zahlen kann eine Matrix erstellt werden, eine sogenannte Portfolio-Matrix. Und in diese Matrix lassen sich dann wiederum eure Produkte, die ihr in eurem Unternehmen herstellen und verkaufen wollt, sehr schön darstellen. Diese Matrix nennt sich Portfolio-Matrix und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben zum einen zwei verschiedene Größen anhand derer die Zahlen, die aus der Portfolio-Planung hervorgegangen sind, sich abmessen lassen. Und da haben wir zum einen hier das Marktwachstum und zum zweiten hier den relativen Marktanteil. Das, was wir gerade eben noch berechnet haben. An derer ergeben sich insgesamt eine, man könnte sagen, Vier-Felder-Tafel. Das heißt die Abgrenzung der einzelnen Produkte, wie gut oder schlecht sie laufen. Da haben wir zum einen die sogenannten Question Marks, die Fragezeichen. Man sieht, es handelt sich überwiegend um Nachwuchsprodukte mit hohem Marktpotenzial, aber geringem Marktanteil. Wir sehen es auch hier, hohes Marktwachstum, aber niedriger Marktanteil. Warum ist das so und was können Beispiele dafür sein? Naja, wenn unser fliegendes Auto beispielsweise noch gar nicht auf dem Markt ist, aber wir davon ausgehen können, dass das der Renner wird auf dem Markt, dann haben wir natürlich einen sehr niedrigen Marktanteil, weil wenn wir es jetzt gerade erst käuflich gemacht haben, dann ist der Marktwachstum zwar ziemlich hoch, aber im Moment wurde halt noch nichts oder so gut wie noch nichts verkauft. Question Marks. Man weiß nicht genau, was daraus folgt. Man hofft das Beste. Wir sind im Bereich 2. 2 sind die sogenannten Stars oder Sterne. Spitzenprodukte mit hohem Marktanteil und hohem Wachstumspotenzial. Bedeutet, wir haben ein sehr großes Wachstum und wir haben trotzdem auch einen relativ hohen Marktanteil. Ja, ich denke mal, wenn so ein fliegendes Auto tatsächlich auf den Markt käme, dann würde es auch nicht lange dauern, bis sich das Produkt exakt zu einem Star entwickeln würde. Denn vermutlich will jeder letztlich sowas auch haben, wenn es bezahlbar ist. Wenn dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder vielleicht nach zwei Jahren dieses Produkt... ...